Karl-Heinz Hartinger, Marc, wer ist Karl-Heinz Hartinger in deinem Buch? Ja, Karl-Heinz Hartinger ist der Held, er ist der Verdächtige und er ist auch der Aufklärer eines Mordbewerbs. Also er hat eine Dreifachung. Ein Mord? Wer wird ermordet? Darf man das verraten? Das steht ja schon fast auf der allerersten Seite, von daher kann es auch ein flüchtiger Leser sofort erfassen. Es ist ein armer Franziskalenmensch aus dem Kloster St. Anton in Gammisch-Partenkirchen. In Patenkirchen. Du schreibst als Bayer nicht nur männliche Figuren, die Hauptfigur ist männlich, aber ich lese auch sehr interessante Nebenfiguren. Frauen, können Männer Frauenfiguren schreiben? Es wird ab und zu bezweifelt, wie von dir jetzt gerade. Ich habe es versucht an einer Stelle mal eine starke Frau einzubauen. Die muss sich aber auch im Laufe der Geschichte erstmal entwickeln. Das tut sie. Das tut sie von meiner Ansicht nach ganz okay. Das tut sie von meiner Ansicht nach! Vielen Dank.